Hallo Freunde, heute machen wir Säckebooster, schaurige Herrschaft auf. Ich grüße euch. Und zwar machen wir dreimal den schwarzen Reiter und dreimal den weißen Reiter auf. Und zwar ist das aus Korea Pokémon Booster. Und wir fangen an mit den schwarzen. Das sind meine drei Booster. Mal gespannt, wer heute das Battle gewinnt. Der schwarze oder der weiße Reiter. Ich glaube der schwarze. So, ein Psycho-Pokémon. Kampf-Pokémon. Typ Fablos. Eine Trainerin. Und nochmal. Das ist Kubanthus. Genau. So, und jetzt der weiße. Ich weiß nicht, ob ich was drinne hab. Wasser-Pokémon. Kampf-Pokémon. Pflanzen-Pokémon. Pflanzen-Pokémon. Und Energie. Mein zweites Booster. Mein zweites Booster. Tanz-Pokémon. Zimper zweit-Hand-Veklon. Und Trainerkarte. Wieder nichts. Dein zweites. Set steht es noch 0 zu 0. Noch keine Holo. Noch keine V-Karte. Oh, ich glaube du hast was. Yay! Pflanzen-Pokémon. Finsternis-Pokémon. Feuer-Pokémon. Trainerkarte. Der Schneewald. Und was hast du dahinter? Abracadabra. Zimper-Bim. Ein-Naholo. Als Wolferrohr. Genau. Ein Punkt für dich. Stellen wir gleich bei dir hier hin. So. Mein letztes Booster. Wieder von vorne und hinten Zeichen. Genau. Korea. Sonst machen wir ja Deutsche auf und Japanische. Jetzt haben wir wieder mal Korea. Mal sehen, wann wir nächstes Mal wieder Englische kriechen. So. Oh, ich habe, glaube ich, auch was gesehen bei mir. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ein Kampf-Pokémon. Psycho-Pokémon. Eine Energie-Karte. Und? Ja. Eine V-Karte. Mein schwarzer Reiter als V-Karte. Eins zu eins. Und dein letztes Booster. Es kann sein, dass es unentschieden bleibt, oder? Dass du diesmal gewinnst. Ich habe ja immer verloren. Bis jetzt. Bis jetzt. Aber du kannst auch mal Glück haben. Ja. Süße-Pokémon. Farblos. Nacht-Pokémon. Trainerkarte. Und? Leider. Nichts. Unentschieden. Also, einmal eine Holo- und eine V-Karte. Bis zum nächsten Video, liebe Freunde. Ciao. Und wir wünschen Ihnen noch viel Spaß für heute. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.